Vor ein paar Tagen hat Papst Franziskus eine Katechese gehalten, die mich sehr berührt hat. Es geht um das Leiden und dass das Gebet beim Leiden wichtig ist. Als erstes, sagt er, müsse man das Leiden in eine Frage an Gott verwandeln. An die Frage, wie lange noch Herr? Wie lange muss ich das noch ertragen? Denn ob man Gott kennt oder nicht kennt, alle Menschen leiden irgendwann. Aber durch das Gebet wird Schmerz zu Beziehung. Vor Gott sind wir keine Unbekannten, keine Nummern. Wir haben für ihn ein Gesicht und ein Herz und einen Namen. Und dann sagte der Papst wörtlich, der Herr hört. Manchmal genügt es im Gebet, das zu wissen. Denn nicht immer lassen sich die Probleme lösen. Wer betet, täuscht sich nicht. Er weiß, dass viele Fragen des Lebens hier auf Erden ungelöst, ausweglos bleiben. Das Leiden wird uns begleiten und wenn man einen Kampf überwunden hat, werden andere uns erwarten. Wenn uns jedoch Gehör geschenkt wird, wird alles erträglich. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, in der Einsamkeit zu leiden, ohne dass jemand an uns denkt. Daraus rettet das Gebet. Denn es kann geschehen und es geschieht oft, dass man die Pläne Gottes nicht versteht. Aber unsere Klage staut sich nicht hier auf Erden an. Sie steigt auf zu ihm, der das Herz eines Vaters hat. Und der selber weint um jedes Kind, das leidet und stirbt. Ich möchte euch etwas sagen, so Papst Franziskus. Mir tut es gut, in schlimmen Augenblicken an das Weinen Jesu zu denken, als er am Grab des Lazarus geweint hat. Denn Gott wollte Mensch werden, so sagt ein geistlicher Schriftsteller, um weinen zu können. Daran zu denken, dass Jesus im Schmerz mit mir weint, ist ein Trost. Es hilft uns, weiterzugehen. Wenn wir in Beziehung zu ihm bleiben, dann erspart uns das Leben nicht das Leiden. Aber es öffnet sich ein Horizont zum Guten hin. Und es öffnet sich ein Weg zu seiner Erfüllung. Soweit das Zitat von Papst Franziskus. Heute im Nachtgebet bete ich für alle, die heute weinen müssen, dass sie entdecken, wie kostbar sie in den Augen Gottes sind. 22 Uhr DOMRADIO.DE Dein Weihbischof Ansgar Zitat von Papst Zitat von Papst Zitat von Papst